Es fehlt aber noch so einiges. Die Fasern und so weiter. Du kannst dich erstmal darum kümmern, wenn es in Ordnung ist und ich gucke weiter... ...nach Tiere. Und das Retten habe ich mittlerweile auch schon gebaut, dass wir hier leichter hochkommen. Ah, perfekt. So, da vorne ist ein Reh und ein Gänse. Gänse, wie das Ding heißt? Gänse. Gänse. Achso, übrigens auch so ein Baumfeld. Was will ich nicht sagen? Gänse. Na ja, spätestens wenn es sicher bestößt ist. Oh no. Das war mit meinem eigenen Baumauschlag. Ist aber schon ein Kopftreffer gegeben? Ja, ist schon mal gut. Komm, jetzt müssen wir so einen großen Hirsch hier umbringen, ja. Scheiße. Da hin. Da hin. Da hinten, Schilder. Da hinten rummet der Raum hier rum. So, oh, mal gucken. Wo ist der Hirsch? Komm, Hirsch, wo bist du? Ach, da unten. Da unten rummet der Raum hier rum. Das ist auch mal so eine Gänse. Ja. Da hinten rummet der Hirsch. Aber wir sollten dann schon Kisten bauen. Ich hab schon so ein paar gebaut. Immer wieder mal. Komm Hirsch, die bleibt stehen. Genau. Ja. Das ist ein Hirsch. Der hält echt was aus, ne? Ja. Aber gut, wir haben auch den Langbogen. Ich finde es die ganze Zeit nicht rumgewohnt gewesen. Ja, das ist ein Argument. Aber kein hinterlass. Aber kein hinterlass. Ja, mach ich dann auch noch. Ja, mach ich dann auch noch. Die sind jetzt nur noch nicht so durch. Oh, ich hab den großen Hirsch anlegt. Aber, äh, ja, ich mag nicht so einzu. Also, ich finde nicht echt so sehr durchwaschen. Ja. Ist ja nicht Türk-Russian, Luba-Bedet, äh, äh... Ja, so nach und nach. Zweifelmal Leder, Fell, puttes Fleisch und einfach mal dann. Also, Leder habe ich jetzt, äh... Äh, 37. Reicht das erst mal? Dann braucht man noch mehr. Mehr. Gut. Machen wir mal auf die Yorke gehen. Oh, da kann man reparieren. Leider. Noch mehr. Ja, also gut. Kein Problem. Na, dann ist es ein Problem. Ja, es dauert, Alter, bis ich wieder auf meine Punkte komme, Alter. Ja, ich war kurz vor Level 18, ne? Ja, schon. Ja, das Ganze machst du jetzt noch einmal durch. Schauen wir mal. Schon nächste Level 18. Also, ich werde sie dann ganz kurz vor Level 16. Hm. Ne, wenn ich wollte. Na gut, Wolf ist aber gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Klingt gutes Zeug. Scheiße, großer Sauerstoff. Eigentlich wenn ich gekühlt würde, will meine Pfeile durchfliegen. Ähm. Ich brauche Sauerstoff. Ich brauche Sauerstoff. Haben wir nicht. Nein, ich kriege es ja ein bisschen. Dings hier. Oxide. 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 Brauchst du doch nicht. Näh, bloß nicht. Näh, bloß nicht. Näh, der erste könnte auch schon den Sauerstoff platzen. Dann nutze. Und so. Einer haben wir ja. Dann kannst du schon nutzen. Oder du. Dann kannst du ja Mühe machen. Mach du. Mach Mühe, geil. Dann muss ich mal drehen. Okay, wenn wir was jetzt so von hinten geben, auch wenn es von hinten kein Kindergeld gibt. Aha. Aha. Ah ja. Scheiße. Also Leute, müsst euch merken. Bei dem läuft irgendwas nicht richtig im Kopf. Bei mir sowieso nicht. Na ja. Die zweite. Äh. Saarstoffflasche. Für noch. 13. Na okay. 13 mal Leder. Zweite Sauerstoff. Na ja. 37 habe ich schon mal. Ja. Na ja. Da hat jemand den Abschiedeisern überhaupt gekriegt. Warum kann ich jetzt nicht 30 Beufel oder sowas angreifen? Das ist viel einfacher. Ha. Ha. Ja. Das würde ich nicht überleben. Das ist ein Argument. Ich will sie doch jetzt schon. Das ist ein Argument. Ja. Ja. Na gut, hier sind genug Geräte. Aber bist du die Niedergeballert hast? Das ist neuer Junge. So. So. Komm, 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 komm. Tu es verstecken. Tu es auch verstecken. Aaaaah. Das Ding ist fast tot. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Zwei Schlüsse vielleicht noch. Tu es das Ding weg. Vom Fenster. Jaaa. Perfekt. Oh. Hier ist mal wie ein Barsch. Da sage ich den Wickel nach Hause. Das ist alles super. Na. So. Nochmal 13 Leder. Jetzt haben wir. Ähm. Leder. 50 Mal Leder. Naja. Das geht ja rein. Schon mal etwas. Es ist wenigstens schon am Anfang gemacht, ne? Yep. Muss man ja auch mal lassen. Das geht ja auch mal an. Über interm proporzieren. But, dass der Freunden ist. Oh. 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 Scheiße, wie das wäre. Da. Genau, geht ins Wasser. Perfekt. Perfekt. Was ist denn? Oh, immer ein Kopfschluss gegeben. So, heute. Zack, zack, zack. Auch wenn es nur sechsmal Lela sind. Immerhin etwas. Morgen. Okay, mein Gott. Willen wir langsam nach Hause kommen? Wo bin ich? Bin ich nicht. Einfach nur Halle aus. Umwetterbahnung. Ah, wir freuen sich schon so Hütte. Ah, wunderbar. Die ist hier, glaube ich, auch noch nicht zu überziehen. Gänse gedildet unterwegs. So, nochmal zwölf mal Leder hier. Ja. Aber, also in Leder habe ich jetzt... 58. Ja. Da muss man anfangen. Das war dich hören so. So. Ja. Kurz. So. Gut. So. Ich habe mich hier mal direkt verpacken. So. Bitteschön. Ich habe auch was für dich. Echt? Ja. Cool. Cool. Zeig mal. Nein. Ein Trinkschlauch. Ja. Hast du schon trinkt? Was hatte ich hier irgendwo gebaut oder was? Nein. Ein paar aus dem Plus geholt. Achso. Sauerstoff wird. Du hast ja nicht freigestellt, das ist nur... So. Das war mir so... Jetzt machen wir so vieler... Bauchstabwein. Sauerstoffbrief war aufgefüllt. Ah. Leder machen wir da. Leder haben wir noch noch 43 Stück. Aber reicht gerade mal für den Langbogen. Ah. Also vorher auch ein 23 mal Leder. 24 holz und 4 knorren 23 liter hast du gesagt ja für eine ja deswegen genau drei leder entschuldigung 32 entschuldigung entschuldigung 32 was kann ich nehmen sauerstoffflasche nach ihr wasser einfach aus dem ausrüsten genau perfekt wunderbar aber wie sieht die zettetage mittlerweile aus muss man da nur eine decke bauen ja er ist mir aber alles schon rausgegangen ja aber fasern ja so ist es so ist es aber sieht das schon mal nicht schlecht aus ne haben schon viel geschafft es ist schön dortiert hier hat doch stockt und dann ist nicht schon in die bude abfackelt nein diesmal lasse ich die fackeln weg gut dann würde ich sagen war es das für diese aufnahme session ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gerne einen daumen nach runter lassen gerne kostenlos kanal abonnieren und glock aktivieren gerne meine anderen social media kanäle wie discord und auch instagram abchecken links dazu findet ihr unten in der video beschreibung sowie einen link zum hauptspiel und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten aufnahme session bis dann tschau 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 tschau